Ich habe seit über 30 Jahren eine Krankheit, die man nicht sehen kann. Ich habe starke Schmerzen und mein Leben wird sehr stark dadurch beeinflusst. Ich habe Migräne. 350.000 Menschen haben täglich einen Migräneanfall. Das sind fast 10% unserer Bevölkerung. Gehören sie auch dazu? Benötigen sie Hilfe? Hallo Anke! Hallo, schön, dass du da bist. Gerne unterstütze ich dich beim Aufbau einer Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Anke Landgraf und ich bin Leiterin der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen in Stralsund. Ich bin Sylvia Hacker-Hübner, Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Stralsund und Gründerin dieser Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe Migräne, wir für dich!